Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein ganz normaler Staubsauger, aber da steckt mehr drin. Genau, da steckt mehr dahinter. Also er ist ein normaler Staubsauger, aber der putzt auch zugleich. Das heißt, der saugt, der wischt und trocknet alles in einem. Ist für alle Böden geeignet und das funktioniert so. Und da ist eben der Vorteil, mit dem Dampf, der löst den Schmutz und saugt es gleich wieder ein. Schmutz lösen und trockensaugen. Der saugt, der wischt, der trocknet. Was kann das Gerät noch alles? Der kann auch Fenster putzen. Einfach einmal umstecken und dann lösen wir einfach mit dem Dampf den ganzen Schmutz. Und dann den Staubsauger einschalten und abziehen. Noch eine Funktion? Ja, vor allem die Fensterrahmen. Immer ein Problem. Das ist ja eigentlich die mehrere Arbeit. Nicht nur die Scheibe, sondern die Rahmen. Und da ist es so, meistens hat man noch so eine Gummidichtung in der Mitte, wo hinten und vorne der Schmutz ist. Und der tut halt gleichzeitig wieder Stab saugen und den Schmutz lösen. Man kommt in jede Ecke rauf. Und man kann jedes Teil kopfüber. Wer ist denn die Zielgruppe von eurem Gerät? Also 80 Prozent sind es Privatpersonen. 20 Prozent haben wir Hotellerie und Gastgewerbe. Aber wie gesagt, großteils ist es Privatpersonen. Was muss ich denn jetzt für dieses Wundergerät hinlegen? 2.790, also so um den Dreh.